Und hier ist sie wieder, die 5-Euro-Überraschung-Show. Verschiedene Produkte, ein Preis, das ist die 5-Euro-Überraschung-Show bei Pearl TV. Juhu, liebe Zuschauer, die 5-Euro-Überraschung-Show beginnt. Und Sie sollten jetzt ganz schnell zum Hörer greifen, denn Sie können auf die Schnäppchenjagd gehen. Sie werden Artikel sehen, die normalerweise im Handel viel, viel mehr kosten. Die sind deutlich teurer und dementsprechend heute auf 5 Euro reduziert. Es gibt eine goldene Regel, jeden Artikel dürfen Sie maximal bis zu 5 Mal bestellen. Und das sollten Sie bei einigen auch schnell machen. Denn wenn das Kontingent vergriffen ist, liebe Zuschauer, dann gehen Sie leider leer aus. Und das wollen wir ja nicht. Und dementsprechend schnell sein, wie der Carsten, der auch schon im Studio saß, weil er sich so freut. Nee, ich habe eben eine Programmvorschau gemacht, um unsere Zuschauer mal über das zu informieren, was wir heute im Laufe des heutigen Abends sehen werden. Denn natürlich haben wir die 5-Euro-Überraschung-Show täglich um 17 und um 19 Uhr für Sie. Und drumherum auch weitere richtig coole Highlights. Richtig cool. Das ist ja auch unsere Diana. Die bringt uns nämlich unsere Artikel rein. Und da schauen wir doch einfach mal. Rufen wir sie mal dazu. Und guck mal, was Sie da in Ihrem ersten orangefarbenen Kartinschiff uns bereit hält. Immer wieder witzig, immer wieder spannend. Auch für uns, liebe Zuschauer. Danke dir, Diana. Dass wir natürlich auch keine Ahnung haben, was für Artikel kommen werden. Auch wir sind immer wieder überrascht, wenn wir das sehen. Das ist für Carsten. Was haben wir denn jetzt hier sehr schön? Carsten, Carsten, komm. Ist das... Ich habe es nur aus dem Augenwinkl gesehen. Ich habe 160% Sehkraft. Ich brauche das nicht. Oh ja. Du auf jeden Fall. Jetzt weiß ich, warum die Kollegen sagen, gibt das dem Carsten, dem Blindfisch hier so ungefähr. Das ist unsere Smartphone- bzw. Tablet-Lupe, liebe Zuschauer. Denn Sie kennen wahrscheinlich das Problem, dass man eben hier häufig bei diesen kleinen Displays keine nennenswerte Chance hat, überhaupt irgendetwas zu erkennen. Und jetzt nicht immer hat man dann eine passende Lesebrille dabei. Häufig vielleicht dann auch nur die Korrekturbrille. Die normale Lesebrille liegt dann vielleicht auch schon mal zu Hause. Und jetzt können Sie Folgendes machen, liebe Zuschauer. Jetzt nehmen Sie ganz einfach Ihr Smartphone und legen das hier entsprechend rein. Ich überlege, wie ich Ihnen das am besten zeigen kann, dass Sie den Vergrößerungseffekt erkennen können. Komm, ich halte das Smartphone und du kippst. Ja, warte mal, so müsste es eigentlich gehen. Am Blick. So. Komm, ich halte das. Komm, ich halte das. Ich halte das. Mach es mal ein bisschen zu Fuß hier. Ja, ich denke, Sie können sich aber vorstellen, wie das gedacht ist, liebe Zuschauer. Ich mache vielleicht mal eine Applikation auf. Moment, mal gucken. Warte mal, Augenblick. Warte mal, Augenblick. So, gucken wir mal. Irgendwas mit Schrift. Schauen wir uns mal eine schöne Applikation raus, wo ein bisschen was Geschriebenes steht. Da kann man das nämlich hervorragend erkennen, liebe Zuschauer. Denn hier brauchen Sie keine zusätzliche Stromquelle. Sie haben eine dreifache Vergrößerung und Sie können diese Lupe natürlich jederzeit nicht nur für Smartphones, für Tablet-Computer, sondern eben auch mal für Bücher, für Zeitschriften, für geschriebene Texte im Allgemeinen verwenden. Dann hat man häufiger das Problem, dass man eben vielleicht eine Brille unpraktisch findet in dem Moment oder sie gar nicht dabei hat oder vielleicht trotzdem mitunter nicht unbedingt das sehen kann, was man sehen möchte, liebe Zuschauer. Und hier legen Sie das Smartphone, das Tablet oder das Buch oder die Zeitschrift ganz einfach rein und schon haben Sie die entsprechende Vergrößerung, sodass Sie alles hervorragend und zuverlässig erkennen können. Finde ich sehr schön, gerade wenn du so einen Platz hast, wo du gerne mal Rätsels, auch so Doku und dergleichen, diese kleinen Kästchen da, die sind immer relativ klein. Hier kannst du es vernünftig und manierlich erkennen und dann macht das Ganze natürlich dann auch schon wieder deutlich mehr Spaß. Schauen wir mal hier, Katalogpreis, 10 Euro knapp. Halte ich schon für einen super Preis für die dreifache Vergrößerung, für die Qualität unseres Artikels hier. Ja, aber natürlich gibt es die UVP des Herstellers, die ist nochmal in der Regel um ein vielfaches höher. Die liegt dann also so bei ungefähr, was haben wir eben gesehen, 25 Euro knapp. Hier sehen wir es, ich denke, man kann es in etwa erahnen, wie es gedacht ist. Ich muss jetzt ein bisschen schräg halten, das verzerrt natürlich ein bisschen vom Winkel. Wenn Sie mit der Nase drüber sitzen, ist das wesentlich zuverlässiger. Und das Ganze natürlich auch sehr schön klappbar, ja, also auch noch für den mobilen Einsatz. Schöner Artikel. Richtig, liebe Zuschauer, Ihr mobiles Minikino. Mit dieser praktischen Klapplupe zeigen Sie Ihren Freunden alle Fotos und Videos direkt von Ihrem Smartphone. Lehnen Sie sich entspannt zurück, der Rahmen steht nämlich vollkommen frei. Dreifach vergrößert, damit sind alle Urlaubsfotos und Shots vom Wochenende schnell auf komfortable Bildgröße gezaubert. Und wir haben einen Kundenbeitrag vom Andreas aus Eberharzel, der sagt, sehr gutes Produkt, kann ich gut weiterempfehlen. Preis ist auch okay, schreibt er. Okay, also 9,90 Euro. Liebe Zuschauer, wir hören gerade, limitiert auf ein Stück, maximal ein Smartphone und iPhone und auch gerne andere Modellelupe. HZ 2807 und die 569 limitiert. Einmal dürfen Sie zugreifen, 5 Euro, Sie sehen, tolle Schnäppchen im Katalog, jetzt gerade aktuell zu dieser Sekunde 9,90 Euro und die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei knapp 25 Euro. Der Neigungswinkel ist selbstverständlich verstellbar und das ist fantastisch, liebe Zuschauer, weil Sie alles sehen. Wenn Sie mal das Wetter nachschauen wollen, wenn Sie da jedes Mal die Lesebrille nehmen müssen, lassen Sie die einfach liegen, stellen Sie sich das ins Wohnzimmer oder in die Küche da, wo Sie gerne Ihr Smartphone dann dementsprechend nutzen und schauen Sie sich in fantastischer Größe alles an. Buzzer nach vorne, so geht los. Gucken wir mal, was als nächstes kommt, denn unsere Viana steht schon wieder in den Startlöchern mit einem schönen, blassblauen, petrolfarbenen Kartonchen. Ich bin mal gespannt. Oh, wasser, oh, komisch, dass wir die beiden Artikel jetzt hier bekommen, ja, aber die Flaschen sind leider leer. Wer weiß, wer die leer gemacht hat, das hat sich schon wieder rumgesprochen, liebe Zuschauer. Spaß beiseite. Es geht natürlich nicht um die leeren Flaschen jetzt hier, die sind eigentlich nur mittel zum Zweck. Es geht um diese Ausgießer, wenn ich das richtig verstehe, oder? Ganz genau. Spirituosen-Portionierer- und Ausgießer-Set. Das Ganze vierteilig, natürlich für Wein, Spirituosen und andere Dinge, die man sicherlich auch ganz gerne mal etwas, ja, wie soll man sagen, etwas genauer einteilt. Denn gerade mal so ein leckerer Cocktail, ich sage mal, da von einer Zutat zu viel drin, dann schmeckt das Ganze nicht mehr. Oder ist eben dann auch so stark vom Alkoholgehalt, dass es dann mitunter bei einem auch bleibt, bevor man unter die Tischplatte rutscht. Oh, das ist cool. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Angelegenheit. Jetzt haben wir, glaube ich, den Portionierer, das müsste, glaube ich, dieser hier sein, oder? Ist das der mit dieser, mit dieser Klappe hier? Das heißt, man kann immer eine ganz bestimmte Menge einfließen lassen und dann ganz einfach mit dem Hebelchen hier das Ganze entriegeln oder sperren. Soll ich dir was sagen? Meine Eltern haben ein Restaurant, liebe Zuschauer. Und in diesem Restaurant gibt es ein, wie soll ich sagen, das Getränk. Das ist ein kurzer und der nennt sich Wilde Hunde. Und Wilde Hunde gibt es scheinbar auch in Spanien, aber vor allem in Polen ein richtiger Klassiker. Und das ist folgendermaßen. Sie nehmen einen kurzen. Unten kommt ein kleines bisschen Hembeersirup rein. So, dann haben Sie den Hembeersirup drin. Dann müssen Sie ganz langsam, ganz vorsichtig Wodka einfüllen, damit der Hembeersirup unten bleibt und der Wodka sich oben drauf setzt. Und dann kommen noch zwei Tröpfchen Tabasco dazu. Der muss komplett in einem Zug getrunken werden, ist aber schwierig zu gießen. Dementsprechend ist sowas einfach perfekt. Probieren Sie das mal aus, wenn Sie hier den spirituosen Portionierer bestellt haben, liebe Zuschauer, weil damit kann man das ja auch ganz, ganz langsam einfließen lassen. Als du es gerade geöffnet hast, kam ich nämlich dazu, ich muss das immer mit einem Löffel machen, weil ich das nicht hinbekomme mit der normalen Flasche, wenn ich da Kellner. Und liebe Zuschauer, das ist sensationell. Das ist fantastisch, denn die peppigen Dekentieraufsätze glänzen durch ein besonders cleveres Extra. Diese lassen sich ganz einfach luftig verschließen. So behält zum Beispiel auch ein Wein, wenn Sie so wollen, trotz geöffneter Flasche tagelang sein frisches Bouquet. Oder Essig und Öl, können wir auch nehmen, oder für Fruchtsäfte zum Beispiel. Zum Beispiel, da ist natürlich jetzt hier dieser Aufsatz mit gemeint, liebe Zuschauer. Ich sage mal, ein vierteiliges Set, verrat mal ganz kurz, weil ich sehe nur drei Teile hier. Was wir da eigentlich drin haben, vier formschöne Flaschenaufsätze, zwei Portionierer mit jeweils 2,5 CL und zwei Dekentierer mit Schwenkdeckel. Ganz genau. Da haben wir es nämlich zusammen. Da sehen wir das komplette Set nochmal für Sie, liebe Zuschauer. Das ist einfach eine ganz tolle Angelegenheit. Zum einen muss man da nicht wieder anfangen, irgendwelche Löffel oder sowas. Man kennt, glaube ich, das Theater dann irgendwo in den Flaschenhälse zu stecken, dann in den Kühlschrank wieder rein. Hier haben Sie es vernünftig verschlossen, es war luftdicht verschlossen. Da sind also die entsprechenden Dichtungsgummis mit dabei. Aber eben auch diese Ausgießer, die sind super hier. Auch da haben wir eine entsprechende Menge, die, die, habe ich einen verjessen? Herr Ruhland. Entschuldigung. Habe ich übersehen. So schön dezent, wie er war. Du kannst aber unterm Strich gesehen das Gleiche, was wir da in Rot schon drauf haben. Verzeihen Sie mir, das habe ich Ihnen unterschlagen. Aber geliefert werden natürlich vier Stück davon. Anschmicksame Gummidichtung haben wir geklärt. Geschmacksneutral finde ich auch immer sehr wichtig. Und vor allem auch leicht zu reinigen. Nimmst du runter, hältst du unter fließendem Wasser. Moment, ich zeige Ihnen das mal. Und dann hast du deine Ruhe auch schon wieder. So, da haben wir ihn raus. Und dann zack, wieder drauf. Und ja, Reinigung super einfach, liebe Zuschauer. Also ich finde das super. So etwas braucht man zu Hause. Und vor allem für 5 Euro gleich vier Stück. Das ist fantastisch für Essig, für Wein, für Spirituosen, die Sie haben. Aber auch für Fruchtsäfte natürlich kann man das fantastisch benutzen. Die PE 2337 und die 569. Und ein Kundenbeitrag von Manuel aus Hameln. Viele Grüße. Praktisches Zubehör, was in jeden Haushalt gehört. Endlich kein Geklecker mehr. Preis, Leistung, sehr gut. Ja, stimmt. Auch wenn man zum Beispiel Säfte hat und die sind gerade geöffnet. Die sind noch richtig schön voll. Dann versaut man sich meistens die komplette Küche oder das Wohnzimmer. Es tropft immer. Das kann hier nicht passieren, liebe Zuschauer. Wir haben anschmiegsame Gummidichtungen. Das Ganze ist geschmacksneutral. Und Dekantierer mit Schwenkdeckel. Und zwei Portionierer je 2. 2,5 CL. Das sind dann einmal die hier. Und zwei Dekantierer mit den Schwenkdeckeln. Bei den Schwenkdeckeln, die sind super. Da kann man die Menge ja selber bestimmen. Die 2,5 CL, das sind jetzt hier mit dieser kleinen Kugel, die das Ganze absperren quasi. Dass also nichts mehr nachlaufen kann. Das heißt, Sie wissen also immer, mit jeder Umdrehung oder mit jeder Kippbewegung der Flasche haben Sie 2,5 CL der entsprechenden Flüssigkeit im Glas oder im Behältnis ausgegossen. Da kann man natürlich hervorragend mit rechnen. Gerade bei Cocktails ist gerade das Mischungsverhältnis ein ganz entscheidender Faktor. Immer zwei Stück davon in Sets. Zwei in Rot, zwei in Durchsichtig. Richtig schöner Artikel für 5 Euro. Behauptlich suchen Sie sowas an anderer Stelle vergeblich. Da werden Sie wahrscheinlich für einen Aufsatz mit 5, 6, 7, 8 Euro oder was dabei sein, liebe Zuschauer. Wie geht's weiter? Was haben wir da Schönes drin? Habe ich da eine Uhr gesehen? Sankt-Leonard-Zuschauer. Das ist diese mit dem Rotgold. Oh, die ist schön. Die hab ich auch. Da konnte ich nicht dran vorbeilaufen an dieser wunderschönen Uhr. Ein Traum, liebe Zuschauer. In der 5-Euro-Show. Diese Uhr. Also das überrascht mich jetzt gerade selber. Ich gucke auch direkt mal, ob es irgendeine Begrenzung gibt. Ob wir da nur eins pro Stück rausgeben müssen. Heute ausnahmsweise, wir sollen es betonen, ausnahmsweise dürfen Sie diese Uhr mehrfach bestellen. Ausnahmsweise. Sie war bisher immer streng limitiert. Eine Maxima-Probesteller, wenn sie denn überhaupt mal in der 5-Euro-Berraschung-Show war. Heute dürfen Sie bis zu 5 mal zugreifen. Machen Sie das schnell. Rosé-Gold, liebe Herren. Wann haben Sie schon mal das letzte Mal eine Herren-Armbanduhr in diesem richtig schicken Rosé-Gold gesehen? Ich finde es fantastisch. Das passt also wirklich so nahe zu allen Farben. Gerade so die erdigen Töne. Auch mal braun, beige und dergleichen. Was man jetzt auch so wieder in den Herbst hinein ganz gerne mal trägt. Nicht nur bei den Damen, auch bei den Herren. In der Herren-Mode findet man das immer wieder. Passt das fantastisch. Und dann eben kein knallweißes Ziffernblatt, was mitunter auch etwas blendet. Sondern ein sehr schönes, fast perlmuttweiß schimmerndes Ziffernblatt. Sehr, sehr schön gemacht. Diese Chrono-Optik, sehr schön sportlich. Also das ist mal richtig Knorke. Und das Lederband ist aus echtem Leder gefertigt. Natürlich mit einem entsprechenden GroKo-Print drauf. Das ist klar, beziehungsweise einer Stanzung drauf. Aber das ist echtes Leder, liebe Zuschauer. Und allein dafür zahlt man schon Pi mal Daumen um die 10, 15 Euro, wenn man so etwas als Zubehör kauft. Insofern ist diese Uhr mit 5 Euro ein echter Schnapper. 25 Euro, sagt die UVP des Herstellers. Knapp 13 Euro der Katalogpreis. Jetzt in diesem Moment bei Perl.de. Und bitte, Sie haben vor der 5-Euro-Show garantiert für diese Uhr 12,90 Euro bezahlen müssen. Und auch zwei Stunden nach dieser 5-Euro-Show wird der Preis wieder automatisch von unserem System auf die 12,90 Euro Katalogpreis hochschnellen. Da haben die Kollegen im Service Center gar keinen Einfluss drauf. Ich möchte aber wetten, dass die Bestände jetzt, wo wir sie auch freigeben können, maximal fünf Stück bitte hier pro Besteller und pro Artikel. Definitiv also auch, dass die Zwei-Stunden-Grenze nicht erreichen werden. Das sind Artikel, die erfahrungsgemäß immer sehr schnell vergriffen sein werden. Das ist wirklich eine wunderschöne Uhr, ein wunderschönes Zeitmessinstrument. Nicht umsonst habe ich sie mir mitgenommen. Ich trage sie gern und häufig. Ich finde sie auch wunderschön. Und liebe Zuschauer, das ist nicht nur eine Herrenarmbanduhr, die können auch Damen tragen. Damen, die sagen, ich mag diesen Chronographen-Look. Ich mag dieses Rosé-Gold, was einfach unwahrscheinlich in momentan ist. Auch Sie dürfen natürlich zugreifen. Und ich würde gleich fünf Stück bestellen, liebe Zuschauer. Das ist eine absolute Ausnahme, dass Sie heute quasi unbegrenzt in der 5-Euro-Berraschung-Show, sprich fünfmal, wie es dann immer so ist, zugreifen dürfen. Bei diesem Modell, bei dieser wunderschönen Uhr. Und das ist ein tolles Gelegenheitsgeschenk. Wenn jetzt jemand einen Geburtstag hat, den habe ich mal vergessen zum Beispiel, habe ich die in dieser wunderschönen Geschenkbox, wie sie Ihnen ja geliefert wird, zu Hause. Ich mache ein Schleifchen drum und schreibe noch einen Brief. Und dann hat sich das Thema Geburtstag erledigt damit, liebe Zuschauer. Oder aber auch, falls jemand vielleicht Jahrestag hat, als Geschenk zwischendurch. Also auch an all die Herren jetzt gerade, die zuschauen. Wenn Sie wissen, dass Ihre Frau auch Rosé-Gold gerne trägt oder goldige Farben, wenn sie Erdtöne mag, dann bestellen Sie für Ihre Dame direkt eine mit. Bis zu fünfmal dürfen Sie zugreifen. Die NC 5814 und die 569, Ihre Bestellnummer. Fünf Euro, Qualitätsquarz-Uhrwerk, ein echt Lederarmmann. Das alleine kostet meistens schon mindestens 15 Euro, wenn man mal zum Juwelier geht und ein Lederband nachkauft. Mindestens 15 Euro, liebe Zuschauer. Wir sehen hier diese wunderschöne Arbeitung des Lederarmbands. Das ist echt. Das ist wirklich sehr, sehr selten, dass wir sowas hier zeigen dürfen. Das ist so fantastisch. Das ist so eine tolle Qualität. Schauen Sie sich das mal an, dieses tolle Rosé-Gold. Hier, Achtung, ich drehe den Arm nochmal, dass die Uhr nicht auf dem Kopf steht. Dann dieses perlmuttweiße Ziffernblatt. Du hast es eben gesagt, man könnte auch sein Creme-Weiß. Sehr, sehr schön gemacht. Diese Chrono-Augen-Optik, die wir haben. Das ist eine schicke, schicke Uhr. Ja, richtig klasse gemacht. Übrigens Spritzwasser geschützt bis drei Atmosphären. Also ganz normale Alltagstätigkeiten. Überhaupt kein Thema. Und über diese tolle Dornschließe, die Sie da haben, passt das Ganze natürlich an etwas kräftige. Und genauso an die zarten Handgelenke natürlich auch der Damen. Ja, und auch als Frau finde ich diese Uhr einfach schick. Haben wir eine Kundenstimme aus Hamburg von der Petra. Und ich trage sie selber sehr gerne. Das wollte ich noch kurz ergänzen. Ich muss zugeben, ich habe sie als Herrenuhr deklariert. Aber du hast recht. Jetzt, wo ich sie bei dir am Handgelenk gesehen habe, von der Größe her passt es. Und unterm Strich gesehen mag ich mir da nicht anmaßen, zu behaupten, es ist eine reine Herren oder eine klassische Damenuhr von der Größe her. Ich denke, das kann man unisex ohne weiteres auch mal tragen. Die NC 5814 und die 569, liebe Zuschauer, in der 5-Euro-Überraschungsshow bis maximal zwei Stunden danach für gerade mal 5 Euro zu haben. Wenn die zwei Stunden rum sind, liegt sie wieder bei 12,90 Euro. Und ich glaube nicht, dass unsere Bestände diese zwei Stunden überleben werden. Die Bestände, die wir Ihnen für 5 Euro anbieten dürfen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ein knalliges Rot. Liebe Zuschauer, schnell sein. Oh mein Gott, was ist das für eine 5-Euro-Show? Hammer. Achtung, Trommelwirbel. Wir halten die Luft an, liebe Zuschauer. Sarah, da habe ich es doch richtig in der Nase gehabt. Als du gerade den Karton geöffnet hast, habe ich mir gedacht, das kenne ich. Das kenne ich sehr gut sogar. Riecht wie ein fantastisches Designer-Parfüm, was wir Ihnen hier anbieten dürfen, liebe Zuschauer. Und das ist eines der wohl beliebtesten Düfte, die wir hier bei Pöl TV überhaupt speziell für die Damen anbieten dürfen. Wir haben gelegentlich schon mal das Glück, dass wir mal einen Sonderposten bekommen können. Und wenn wir nur noch von Restbeständen reden dürfen, wir sind kurz vor der Begrenzung mit Sarah-Lyns-Damenduft. Gold hier als Eau de Parfum mit zweimal 50 Milliliter Inhalt, liebe Zuschauer. Zweimal 50 Milliliter. Dann kommen die auch schon mal gelegentlich in die 5-Euro-Show. Zweimal 50 Milliliter. Carsten, du sagst das so salopp. Liebe Zuschauer, zwei Parfüms bekommen Sie hier mit 50 Milliliter Inhalt. Das heißt für uns, entweder bestelle ich jetzt für 5 Euro, habe eins für mich, eins verschenke ich. Oder ich nehme eins in der Handtasche mit und eins bleibt im Badezimmer stehen. Zweimal 50 Milliliter für 5 Euro, liebe Zuschauer. Dieser Duft ist, wie ich finde, Weiblichkeit pur. Das ist ein edler Duft, liebe Zuschauer. Und das sind die letzten Bestände, die wir haben vor Weihnachten. Dementsprechend bitte schnell sein. Wir sagen es immer und immer wieder und liebe Zuschauer, Sie werden es mitbekommen haben. Wir haben dann wieder lange Lieferzeiten und vor allem in der 5-Euro-Überraschung-Show ist das ein sensationelles Schnäppchen. Das ist genau der Punkt, liebe Zuschauer. Und natürlich wissen wir, dass es noch ein bisschen früh ist, um von Weihnachten zu sprechen. Ja, aber bitte denken Sie dran, wenn wir nicht mehr liefern können oder wenn unser Zulieferer schlicht und ergreifend da keine Möglichkeit mehr hat, noch neue Kapazitäten an den Start zu bringen, dann sind doch uns die Hände gebunden. Wir erleben das gerade aktuell wieder bei unserem kleinen Heizlüfter. Ja, da haben wir so Bestände bis Weihnachten geordert, hat unser System ausgerechnet. Unser Produktverantwortlicher hat klar kalkuliert. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Wo war ich? Nee, ich kann mich aussprechen. Hör mal, also noch mal ein Duft hier vom Allerfeinsten. Riecht wie ein Duft aus der Designer-Abteilung, wo du normalerweise deutlich tiefer in die Tasche greifen musst. Wo man normalerweise also dann doch zwei, dreimal drumrum schlawenzelt und sagt, soll ich oder soll ich nicht? Das sind wirklich so die Highlights, die man sich leistet, liebe Zuschauer. Das war hier wieder, was ich sagen wollte. Wir haben das jetzt hier bei dem Heizlüfter gemerkt. Wir haben unsere Bestände so kalkuliert, dass es bis Weihnachten, bis zur Vorweihnachtszeit locker halten sollte. Die Bestände sind jetzt schon vergriffen. Und das schon ungefähr zweieinhalb Monate, bevor es überhaupt richtig interessant wird. Unser Zulieferer sagte auch immer, was macht ihr damit? Das gibt es doch gar nicht. Wir haben es mal versucht, wollten Ihnen dann einen Gefallen tun und das haben unsere Kunden entsprechend zur Kenntnis genommen und fleißig bestellt. Heizlüfter, Heizlüfter, liebe Zuschauer. Mit Gold, mit Sarah, mit Sarah, mit Gold genauso aus. Darauf wollte ich hinaus, liebe Zuschauer. Ein Sonderposten gelingt uns gelegentlich mal, den können wir Ihnen zur absoluten Top-Kondition anbieten. Fünf Euro für 100 Milliliter gesamt, zweimal 50 ml. Super zum Verschenken, einen behalten oder auch mal einen unterwegs, einen zu Hause lassen. Das ist einfach eine tolle Geschichte. Und das riecht, liebe Zuschauer. So kommt das zu Ihnen nach Hause, liebe Zuschauer. Achtung. Moment, welche Flasche ist falsch rum? Die hier. So, das ist sensationell. Das ist ein blumig, frischer Duft. Ich sprühe ihn nochmal auf, um ihn ganz genau beschreiben zu können. Achtung, Moment. Blumig, frisch, elegant. Edel, sehr, sehr weiblich. Sexy. Also ich würde sagen, das ist so ein Duft für jede Dame. Jede Dame, die zu Hause gerne so Düfte trägt, die man wahrnimmt. Die etwas provozierend wirken, aber nicht aufdringlich. Aber edel sind, genau. Ein wenig schön, also so blütig. Sag mal blütig, nach Blüten. Blumig, blütig, liebe Zuschauer. Blumig, ganz genau. Ich bin auch schon, so ein Duft, liebe Zuschauer. Das ist der absolute Wahnsinn. Im Sinne, um es mal ganz einfach auszudrücken. Der Duft ist sexy. Der passt zu einer jungen Dame genauso wie zu einer reifen Dame. Es riecht einfach nur edel und fantastisch. Passt zum Urlaub und zum Alltag. Und das weiß aus der Kevin aus Weißenfels, der uns schreibt, habe dieses Produkt, habe diesen Duft meiner Frau geschenkt. Und sie war sehr angetan von diesem Duft. Und ich möchte wetten, lieber Kevin, auch Sie waren davon sehr angetan, oder? Dürfen wir bis zu fünfmal hier bestellen? Also dürfen die Zuschauer bis zu fünfmal bestellen, liebe Regie? Ja, liebe Zuschauer, Sie dürfen trotz der starken Begrenzung fünfmal bestellen. Deshalb zahlen Sie bitte schnell NC4870 und die 569. Und auch die Uhr, die wir Ihnen zeigen durften, ist mittlerweile wirklich sehr stark nachgefragt. Deshalb lassen Sie sich nicht viel zahlt. Greifen Sie direkt zum Hörer und bestellen Sie die Lieblinge Ihrer 5-Euro-Show. Bevor Sie jemand anders wegschnappt. Definitiv. Da würde ich mich ärgern. Der Duft, der macht Ränder blind. Ja? Oh. Aber Carsten war ja schon vor der Sendung blind. Aber anders. Aber anders. Jetzt kommt das noch obendrauf. Das ist ein echtes Dilemma, oder? Jetzt gucken wir mal weiter, was das hier sein kann. Oh, das, oh ja. Das ist, glaube ich, dieser, wie sagt man so schön, ich bin ja so im Haushalt nicht ganz so bewandert. Mit einem Wisch ist alles weg. Genau, so ein Aufnehmer, oder wie sagt man dazu. Jetzt allerdings hier im... Preis-Alarm, liebe Zuschauer, vier... Oha. Vier Euro. Für vier Euro. Ich gehe mal davon aus, ich habe hier so ein ganzes Sammelsurium, dass wir von einem, ja, von einer Art Teleskopgestänge sprechen, dass man also ohne weiteres dann in verschiedenen Größen so zusammenstecken kann, dass es perfekt passt. Ich muss zugeben, ich habe den Artikel schon länger nicht mehr in der Hand gehabt. Ich baue einfach mal. Verrate du uns, was das im Einzelnen sein soll. Wir haben hier einen Bodenwischer, der inklusive vier Staubtüchern zu Ihnen kommt. Und das kennen Sie bestimmt, Staub und vor allem auch Haare oder Tierhaare machen es sich in allen Ecken und Winkeln Ihres Zimmers bequem. Mit einem Besen erreicht man die Stellen wirklich nur sehr, sehr, sehr schwer. Hier jetzt nicht mehr. Wir haben nämlich im oberen Teil ein Drehgelenk, liebe Zuschauer. Dementsprechend können Sie Ihren Bodenwischer in jede einzelne Ecke schieben und das komplett ohne Anstrengung. Sie sehen das toll. Oder mal unter die Couch zum Beispiel, unter das Regal. Sehr, sehr wichtig kann man mit den meisten Besen nämlich nicht. Die elektrostatischen Staubtücher, liebe Zuschauer, saugen Tierhaare, Staub quasi wie elektromagnetisch von Ihrem Boden und das ist sensationell. Wollen wir mal eins da reinmachen? Wie lange ist der insgesamt? Moment. Einfach einen Moment. Moment, ne, warte mal. Moment, so, zack, einmal so und jetzt die Öhrchen ganz einfach da reindrücken. Das hält dann zuverlässig, liebe Zuschauer, zumal das Tuch hier jetzt kein Gewicht hat. Wenn du möchtest, sehr, sehr gerne, wobei ich wetten möchte, dass auch ich damit ohne weiteres zurechtkomme, weil mit so einem tollen Gelenk, liebe Zuschauer, Sie sehen das, Sie können das ganz flach, ganz plan über den Boden einstellen, aber eben auch trotzdem mal direkt mit durchgedrücktem Rücken da entsprechend mal in die Ecken hinein, dort, wo eben die Haare und die Fussel ganz gerne auch schon mal von den Windverwegungen bei Ihnen zu Hause, also von der Luft ganz normal hingepustet werden. Und gerade unterm Bett, unterm Sofa, unterm Schrank, da sammelt sich doch immer dieser Schmutz mitunter. Da hast du aber auch so eine Staubsaugerdüse vorne drauf, die jetzt gar nicht wirklich unter den Schrank drunter passt. Das Problem, wenn ich hier den Aussatz für den glatten Boden drauf habe, dann kommt vorne diese Klammer da hoch, mit der man diese Düse umstellen kann. Dann komme ich mit dem Staubsauger nicht mehr wirklich unter den Schrank drunter. Damit komme ich auf jeden Fall drunter und das ganz mühelos. Guck mal, wenn ich jetzt so einen Tisch habe zum Beispiel, den kann ich jetzt selbst nicht wegbewegen, wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass das ein Stuhl ist, dann hat man hier eigentlich Schwierigkeiten entlang zu wischen. Jetzt schau mal, aufgrund dieses Drehgelenks komme ich hier perfekt in jede einzelne Ritze rein und kann hier problemlos den Staub entfernen. Voilà, schauen wir uns das Ganze mal von unten an. Ja, also man sieht das, unser Boden wird mehrfach täglich gereinigt, liebe Zuschauer, aber wir sehen hier trotzdem schön in den Ecken, wie sich da Staub und Haare wirklich wie elektromagnetisch quasi einmal festgesammelt haben und wenn sie dann fertig sind, nehmen sie die ab. Das ist genau das Richtige für Austierbesitzer, wenn sie Hunde, Katzen oder auch schon mal Nager haben, Meerschweinchen, Hasen, Hamster beispielsweise auch für die Kinder. Da ist es einfach so, dass häufig also schon mal Staub, gerade von dem Einstreu von den Nagern oder natürlich auch mal Haare von den Haustieren auf den Böden liegen bleiben. Im bloßen Auge sind die zum Fall gar nicht so wirklich zu erkennen, aber wenn sie dann mal hier mit so einem statischen Reiniger entsprechend mal da drüber gehen, ja, dann wissen sie erstmal, was da tatsächlich alles auf dem Boden gelegen hat. Man muss nicht immer gleich mit der vollen Wandbreite da jetzt alles ausreinigen, manchmal reicht es auch aus, wenn man dünn drüber geht, aber das geht hier natürlich auch mal trocken oder eben auch mal feuchtig hier gerade. Ganz genau, wenn man zum Beispiel schnell duschen geht, mal über den Boden, bestellen sie gleich mehrfach. Super, Preisalarm, 4 Euro, liebe Zuschauer. Also schön zum Zusammenstecken, das waren 4 Elemente, da ist egal wie groß du bist, das passt also wirklich immer, selbst bei einem 1,90 langen Kerl, der sicherlich gerne mal im Haushalt hilft, nicht wahr? Knick, knack, ja, bitte auf jeden Fall zugreifen. Da weiß ich, da werden andere Preise im Einzelhandel verlangt, oder? Ja. So, wir machen weiter. Fantastisch, finde ich gut. Das ist ein Luftreiniger fürs Auto, richtig? Ganz genau, finde ich super. Das ist eine ganz tolle Idee, liebe Zuschauer. Thema Luftreiniger. Bei uns im Hause ist es seit vielen Jahren ein ganz entscheidendes Thema. Man macht sich so viele Gedanken über verschiedenste Dinge. Wo kommt die Baumwolle deiner Jeans her? Wo kriege ich jetzt das beste Bio-Fleisch her? Und, und, und. Wie speichere ich noch mal den Liter Sprit beispielsweise, um der Umwelt und auch meinem Portemonnaie was Gutes zu tun? Aber die Luft, die du einatmest, die wird häufig vernachlässigt von dem einen oder anderen. Nicht nur zu Hause, sondern eben auch unterwegs. Gerade im Auto. Eine ganz entscheidende Geschichte. Denn verbrauchte Luft im Auto, man sagt immer so schön verbrauchte Luft, führt natürlich dann irgendwann auch mal zum Verlust der Konzentration. Das beim Autofahren natürlich fatal. Vielleicht nicht beim Weg zum Bäcker. Ja, aber wenn Sie mal eine Stunde oder zwei länger unterwegs sind, sorgen Sie bitte für ordentliche Luft im Fahrzeug. Denn hier werden ganz einfach die kleinen Partikel aus der Raumluft herausgesaugt, wie man das im Großen auch von den Raumluftreinigern kennt. Nur hier eben komplett aus der Fahrgastzelle heraus. Da sind Allergene drin, da sind Staubpollen drin, da sind Pollen von den Bäumen und so weiter drin. Schadstoffpartikel. Schadstoffpartikel drin. Also alles das, womit man eben auch in einer Fahrgastzelle wie hier in einem Auto konfrontiert wird. Das wird hier von unserem Luftreiniger zuverlässig aus der Raumluft herausgesaugt. Ja, und vorne wird dann natürlich dann, wenn die Luft ausgereinigt ist, über ein sehr ausgeklügeltes Filtersystem die saubere Luft wieder abgegeben. Gleichzeitig, da sind wir beim Thema Konzentration, wird aber auch die Luft im Fahrzeuginneren, also in dem Bereich des Fahrzeuginneren hier mit einer Konzentration von Andionen angereichert. Und das führt definitiv zu einer deutlich erhöhten Konzentration beim Fahrer, bei allen Fahrzeuginsassen. Und das ist genau das, was du erreichen möchtest damit. Ich gehe jetzt mal einen ganz anderen Ansatz nach, liebe Zuschauer. Und das ist zum Beispiel das Rauchen und das Essen im Fahrzeug. Das riecht unangenehm. Jeder ist, glaube ich, schon mal in ein Fahrzeug eingestiegen, wo es nach kaltem Zigarettenrauch riecht. Und das ist einfach unwahrscheinlich unangenehm. Und liebe Zuschauer, viele, 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 viele Gebrauchtwagenhändler und Fahrzeugaufbereiter nutzen Luftreiniger über Nacht für ihre Fahrzeuge, um die aufzubereiten, wenn die wieder verkauft werden sollen. Und dann möchte man ja nicht ein stinkiges Auto abgeben und präsentieren, sondern es soll quasi wie neu riechen. Zumindest neutral. Genau, dafür werden auch diese Luftreiniger verwendet, liebe Zuschauer. Dementsprechend, falls Sie gerne mal die ein oder andere Zigarette rauchen oder Ihr Partner, die Partnerin, sehr, sehr empfehlenswert, wenn man ist im Auto, dann beißen sich auch diese Gerüche meist fest. Die werden nicht wirklich, die können nicht wirklich entfliehen. Und dementsprechend hat man einfach einen ganz, ganz fiesen Geruch im Auto. Nasser Hund, ganz furchtbar. Wenn man das Hündchen mitnimmt, wenn es draußen geregnet hat, wenn Sie spazieren waren und dieser nasse Hund, dieser Geruch im Auto sitzt, liebe Zuschauer. Ihr Luftreiniger für Ihr Fahrzeug bereichert Sie und vor allem die Luft mit Anionen und bekämpft unangenehme Gerüche. Und das sagt auch der Christian, der schreibt uns aus der Steiermark, habe schon Anfang der 90er Luftionisator fürs Auto gekauft, waren größer und teurer. Dieses Gerät ist besser, wesentlich kleiner und hat eine bessere Leistung und vom Preis unschlagbar. Ja und 19,90 Euro die unverbindliche Preisempfehlung, 5 Euro jetzt für Sie. Deshalb gleich zugreifen mit der PE 8140 und der 569. Jetzt haben wir hier natürlich noch ein kleines Hölzchen mit dabei. Wenn Sie gerne einen schönen Duft vielleicht noch im Fahrzeug haben, so ein schönes Aromaöl oder was noch ergänzen möchten, können Sie es auch ganz einfach drauf träufeln. Einfach nur in den 12-Volt-Stecker rein. Alles andere macht dieses Gerät automatisch. Reichert die Luft mit Anionen an, führt zu einer besseren Konzentration, bekämpft aktiv Gerüche ohne Einsatz von Chemie und filtert natürlich auch die kleinen Partikel raus. Das war der Grund, warum ich ihn gekauft habe. Weil ich im Frühjahr dann immer dann spätestens Ende März unter den Allergenen leide. Dann geht es dann los und wenn du mal niesen musst bei 120 in einer scharfen Linkskurve, dann weißt du was Sache ist. Dann bricht das Auto schnell mal aus oder Sie hängen mal demnächst hinten drauf. Ein schöner Artikel jetzt hier gerade in den Herbst hinein. Im Sommer macht man die Fenster auf und macht es ganz einfach ein bisschen Frischluft rein, sind die Gerüche weg. Im Winter haben Sie die Möglichkeiten nicht unbedingt, wenn es draußen kalt ist und regnet. Wir sind im nächsten Artikel, richtig? Nein, liebe Zuschauer, wir sind leider schon am Ende dieser 5-Euro-Eberraschung-Show, aber bleiben Sie bei uns. 17 und 19 Uhr. 6 Artikel zu 5 Euro. Seien Sie schnell, begrenzte Stückzahlen, bestellen Sie Ihre Lieblinge. Wir wünschen viel Spaß.